Ich bin Mavis Beaumont und Fashion ist meine Passion. Das war ein bisschen drüber. Ich überkompensiere, weil ich nervös bin. Ich kann Ihnen eine scheuern, wenn Sie wollen. Ein ganz klares Nein, danke. Du schaffst das, Bitch. Du bist jetzt der Boss. Sieh mal an, die Pieches sind. Bam! So ein Kapitel. Du bist ein Wildgirr. Ich will Frauen schön machen und ihnen helfen, ihre Körper zu lieben. Hashtag Body Positivity, Hashtag World Mama. Mavis. Du bist einfach die Beste. Setz das Gerücht mal in die Welt, okay?